Ja, hallo liebe Freunde, heute mal aus Damaskus. Wie ihr seht, hier in der Fußgängerzone, die Geschäfte haben alle auf. Es gibt hier keinen Lockdown. Die Menschen laufen hier fröhlich durch die Gegend, gehen einkaufen, gehen spazieren, genießen das Leben ohne Maske, ohne irgendwelche Drangsalierereien und ohne Probleme. Und ja, leben halt einfach. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, hier diese kleine Einkaufsstraße im Zentrum von Damaskus, wo das Leben pulsiert, wo Restaurants, Cafés, Geschäfte, alles geöffnet ist.